Untergeschoss, Obergeschoss, Kaltwasserspeicher, Garten. Das ist ja wie ein Abenteuerspielplatz hier. Eins, zwei, drei, vier, vier, Stromzähler waren hier drin. Das ist jetzt eine Gasheizungsanlage. Bin ich ja fünfmal auf die Schnauze geflogen. Hier hängt sogar der Alibail-Affallwacht. Wenn mir jetzt meine Taschenlöpfe hier unten auffällt, bin ich im Arsch. Hier sieht man einen schönen großen Stein. Mittlerweile liegt mir, wo alles zugewuchtet ist. Habe die Ehre. Servus, grüß euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Los Press-Abenteuer. Heute bin ich an einer verlassenen Gärtnerei, beziehungsweise, wie nennt man das, Baumschule. Die Häuser hinter mir, beziehungsweise das eine Haus, das andere Haus ist da hinten, stehen hier rum. Der Weg hierher war ziemlich erschwerlich, weil hier schon so alles zugewuchert ist. Und hier gehen wir jetzt ins Haus rein. Los geht's. Das einzige, was ich von hier weiß, ist, eins ist das Bürogebäude gewesen und das andere war das Wohngebäude. Und welches jetzt was ist, werden wir jetzt rausfinden. Hier sieht man, dass die Leute sämtliche Fensterscheiben zerschlagen haben. Deswegen hat man mittlerweile auch alle schon mit den Holzbrettern zugenagelt. Hier war schon jemand da und hat aufgebrochen. Und wenn man sich hier so zukämpft, sieht auch alles ziemlich der Schlong aus und kamponiert aus. Hier ist auf jeden Fall mal eine Dusche und ein Klo gewesen mit Waschbecken. Da hinten ist auch nochmal ein Klo, also könnte das hier das Bürogebäude gewesen sein. Mit einer schönen großen Klo, wo man dann auch in den Garten konnte. Allerdings auch sämtliche Fensterscheiben zerdeppert. Hier sind zwei Duschen, zwei Waschbecken. Könnte für die Mitarbeiter gewesen sein. Was haben wir hier? Hier war mal eine Küche drin. Kennt man aber auch nur anhand von den Fliesen. Hier war der Haupteingang. Und hier ist das Treppenhaus. Nach oben oder nach unten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Keller, oder? Also gehen wir in den Keller. Hier ist mal üblicherweise im Keller. Stromkasten, eins, zwei, drei, vier, vier Stromzähler waren hier drin. Fünf. Okay. Das kann etwas größeres gewesen sein. Das haben wir hier. Hier eine große Halle. Mal ein Licht ein bisschen heller machen. Ups. Jetzt rücken wir mal eins, zwei, drei. Hier sind zwei große Garagentorbel. Mit Glasbausteinen. Diese Glasbausteinen wurden aber nicht verschlagen durch Gewalt, sondern die haben hier die Bretter hingestellt und dann außen zugeschüttet. Man sieht das hier, redet schön an dem Tor. Da sehen wir das auf die Kamera, Fiat. Das ganze Tor hat einen richtigen Bauch. Mal schauen, ob wir da hernach von außen nochmal hinschauen können. Hier haben sie irgendwas zugemacht. Was aber auch nicht aufgeht, weil ich gar nicht aufmachen möchte. Nicht, dass da hernach tonnenweise Erde renken. Mal hier vielleicht reingucken. Auch nicht. Und da kann man unten auch nicht. Da haben sie auch einen Stein davor. Hier ist auch nochmal ein Raum. Hier haben sie Regale aufgehängt, aufgestellt. Da hängen sie, hier hängt Schild Freischneider. Ah, hier hängen dann quasi die ganzen Gerätschaften. Von dem Gartenbauer. Hier ist der Schornstein. Dann könnte es sein, dass hier drin ein Heizungsraum ist. Einfach nur ein leerer Raum mit nochmal, doch hier steht irgendwas. Hier ist keine Heizung, sondern nur ein Heißwasserbeuler. Ziemlich eng in dem Raum hier. Hier sind Untergeschoss, Obergeschoss, Kaltwasserspeicher, Garten. Also eine Gartenbaufirma wird viel mit Wasser zu tun haben. Hier sind die ganzen Anschlüsse. Wenn mir jetzt meine Taschenlampe hier unten auffällt, bin ich im Arsch. Aber ich finde sie nicht mehr so gut unten. Hier ist nur nochmal ein leerer Raum. Hier war mal ein Waschbecken drin. Und da hingen auch wieder Freischneider vielleicht. Und hier bauen wir mal ein Waschbecken. Zumindest die Anschlüsse für das Waschbecken. Hier steht Düngerraum. Privat. Der private Düngerraum. Gut, das war es hier unten. Dann schauen wir mal hoch. Schade, dass das Haus schon so ziemlich abgerockt ist. Von Inventar ist hier nichts mehr. Hier ist auch nochmal ein Klo mit Waschbecken. Das Klo möchte ich euch gar nicht zeigen. Das Waschbecken ist zerdeppert. Hier sieht man auch, dass man die Fenster ausgebaut hat und dann mit Brettern zugeschraubt, dass hier keiner reinkommt. Hier hat man die Türen vorgestellt und zugeschraubt. Hier hinten ist wieder eine kleine Kochnische. Hier konnte man sich was zum Essen zubereiten. Das konnten die Büroräume vielleicht sein, weil hier sieht man von den Regalen. Da waren mal Klerbretter drin. Da werden die ganzen Ordner drin gestanden sein. Da kann man hier drauf gehen, ohne dass man durchfällt. Ah ja, das sind einfach Schränke. Die werden wahrscheinlich auch mal eine Rückwand gegeben haben. Ich denke mal, die liegen da am Boden. Also war das kein Schrank, der durchgeht, sondern nur von einer Seite bedienbar. Hier ist die ganze Riehgipsmann schon runtergefallen, die liegt hier am Boden. Nee, hier klopft keiner, das ist der Wind, was hier klackert. Jetzt habe ich gerade gemeint, jetzt kommt einer. Dabei war das der Wind. Das war's von hier. Dann gehen wir mal in das andere Gebäude rein, das ist ja auch noch da. Und schauen, was es dort zu sehen gibt. Bis gleich. Das ist ja wie ein Abenteuerspielplatz hier. Die Garage, also das war mal Garage. Man konnte wahrscheinlich hier irgendwie mit dem Auto reinfahren. Mittlerweile nicht mehr, weil alles zugewuchert ist. Und von der Garage aus ging es dann direkt ins Haus, weil hier auch keine... Doch, das erkennt man gar nicht. Hier ist eine Haustür. Aber die haben sie mit Bretter zugenagelt und gleiche Farbe wie die Wand. Grafitt ist mittlerweile auch drüber. Deswegen sieht man den Unterschied gar nicht. Und hier geht es jetzt ins zweite Gebäude. Einmal nach oben. Und einmal hier Richtung hin, unser Erdgeschoss. Hier sehen wir wieder eine kleine Küche. Hier Badezimmer mit Klo. Hinter der Tür die Dusche. Und hier wieder Wohnzimmer oder Büro. Hier ist die Heizungsanlage. Das ist jetzt eine Gas-Heizungsanlage. Das weiß ich. Weil nämlich hier steht, Vorsicht, Flüssiggas. Beziehungsweise weil das auch so eine Gas-Therme ist. Der Kamin da oben. Beziehungsweise das Eisenrohr da oben. Das ist der Kamin, wo dann die Abgase rausgehen. Hier wurde das Wasser aufgeheizt. Vorlaufheizung, Rücklaufheizung. Ah, hier steht auch Vorlauf-Solar-Sekundär, Rücklauf-Solar-Sekundär. Dann haben die sogar eine Solaranlage am Dach gehabt. Hier ist der Hauptwasseranschluss nochmal. Oder nochmal einer. Ne, das hat was mit der Heizung zu tun. Rücklaufheizung, Untergeschoss, Rücklaufheizung, Einliegerwohnung. Rücklauf, Primär, Vorlauf. Und da gehen die ganzen Heizungsvorleitungen rauf. WC, Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Dann war das vielleicht doch auch gleichzeitig ihr Wohnhaus. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Hier sehen wir wieder ein Bad. Zumindest ein Klo, wo mal eine Kloschüssel stand. Mittlerweile liegt sie am Boden. Hier sieht man einen schönen, großen Stein. Der ist wahrscheinlich mal von außen durch die Tür geschmissen worden. Hier ist ein Badezimmer mit Dusche, Klo, eine große dreieckige Badewanne und hier hinten mal ein schönes, großes Waschbecken. Dass die Leute immer für einen Spaßkrank finden, dass man ein Waschbecken zerdeppert. Hier ist eine Küche mit Theke. Interessant. Hier war der Kühlschrank. Da ist eine Spülmaschine. Hier konnten sich die Bediensteten vielleicht was kaufen, einen Kaffee machen. Hier könnte man sich dann nach der Arbeit oder während der Arbeit einen Kaffee holen, hinsitzen, abends nochmal über die Arbeit reden. Ah, und was hast du heute so gemacht? Wie viele Bäume hast du gepflanzt? Wie viele Hecken hast du geschnitten? Ist natürlich anzunehmen, dass die Firma, die hier war, die Gartenlandschaftsbau. Vielleicht sind sie umgezogen, weil sie was Größeres gefunden haben. Aber sie sind halt pleite gegangen. Schauen wir mal weiter, ob wir noch was finden. Hier ist nochmal eine Treppe. Hier geht es nochmal nach oben. Hier war auch nochmal ein Dachfenster drin, die mittlerweile auch zerschlagen sind. Und man sieht es am Boden, ist alles ganz nass. Genauso wie hier drüben, hier war auch nochmal ein Dachflächenfenster drin. Das Fenster ist immer noch drin, aber das Glas ist zerschlagen worden. Dann hat man es provisorisch mit dem Holzbrett zugemacht. Aber es tropft halt alles rein. Die Wasserschlecken sieht man nach unten. Das hat man eigentlich überall gemacht. Hier war auch sogar eine Dachgaube. Ich habe auch leider keine Info, wie lange das Ganze schon leer steht. Hier ist ebenfalls nochmal ein Bad, wo ebenfalls schon wandeliert worden ist. Hier haben wir wieder die Dusche kaputt gehauen. Hier hängt sogar der Ali-Bert auf halb acht. Das ist alles vom Beicher oder Dachboden oder was auch immer. Ich verabschiede mich noch schweren Herzens von der Küche. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, ich bin jetzt vor mir im Kreis gelaufen. Ah, hier ist die Treppe wieder nach unten. Hier ist das Klo. Hier haben sie wieder eine Tür zugemauert. Entweder ging es hier mal raus zum Balkon. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir hier mal runter. Hier ist alles mit Rosendornen verwachsen. Der Weg hierher. Ich bin ja fünfmal auf die Schnauze geflogen. Mir haben richtig die Knie wehgetan. Und man sieht auch von dem ganzen Efer, was hier so rumwächst, dass die schon ganz schön zugewachsen ist. Ich glaube, dass ich von der Außenanlage euch gar nicht so viel zeigen kann. Hier ist zum Beispiel dieser Erdhügel, die ja bei der anderen Seite gegen das Tor geschüttelt worden ist. Ich komme da nicht runter. Wenn ich da runter komme, weiß ich nicht, ob ich nochmal hochkomme. Nochmal einen kleinen Blick erhaschen von der Seite. Das ist das Fenster, was auch war, wo ich rein bin. So, ich bin jetzt recht mutig, weil ich bin jetzt draußen. Da vorne ist die Straße, wo sie mich dann offensichtlich sehen. Aber ich wollte euch das hier nochmal zeigen. Hier ist nämlich genau das, was ich gedacht habe. Wir haben sie den ganzen Erdkreich hingeschüttet. Und nicht nur das, hier liegen auch irgendwelche Bäume rum. Wenn man hier jetzt weitergeht, hier haben sie auch die ganze Erde aufgefüllt. Und da auf der anderen gegenüberliegenden Seite sind die Glasbausteine. Dadurch zerbrochen. Gehe ich mir davon aus, genau weiß ich es nicht. Aber hier bin ich jetzt unten von dem, wo ich vorhin gesagt habe, ich kann da nicht runter, weil ich nicht weiß, ob ich wieder hochkomme. Jetzt bin ich doch unten. Ja, Leute, tut mir leid, dass ich euch nicht mehr zeigen konnte. Es war vom Inventar her nichts drin. Ein kleines, aber feines Video. Wie in allen meinen Videos, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr mich freuen. Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiterhin von mir solche Videos anschauen wollt. Und wir sehen uns dann garantiert im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Euer Dirk. Euer Dirk.